Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Fiesta Online Together, mit mir Ritzi ZVLP und mir Lighting SP, hallo. Yay, so, wir sind immer noch hier in der Höhle, sind da gestern noch gestorben. Ja, bei mir laggt es. Ich werfe mir jetzt erstmal ein paar Rollen rein, ausnahmsweise. Dann rushen wir mal durch. Oh, ich weiß nicht, wo ich hinrenne, es laggt so gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind da viele Höhle, oh mein Gott. Drück einfach mal auf Trank, Trank. Holy shit. Ein Kuh. Töten. Das ist mal irgendwo in Sicherheit rennen. Stirb schon. Los, stirb. Ja. Oh yeah. Gedeaud. Ich schüttel einfach mal in Ruhe. Sind die Mobs abgehauen? Ach so. Ah, okay. Ja, die sind weg. So, dann ist lag-party ohne Ende. Scheiße. Irgendwie spackt mein Internet gerade. Jetzt geht's wieder bis hin. Zieh die mal raus. Na warte, ich muss gerade mal noch ein Ammo schmeißen. Ammo. Ammo. So, wen soll ich rausziehen? Ach, den da. Die Pogenschützen. Jo, ich spalle einfach mal drauf. Ich geh mal an den da. Das ist leid. Oh mein Gott. Stirb nicht. Oh, da steht Malone. Sie haben keine Chance. Oh mein Gott. Das ist dein Fugnis, der Chef. Mr. Malone. Mr. Malone. Jetzt stirb. Oh so, noch? Noch? Noch acht Stück. Ist noch einer. Ein E. Stirb mal bitte. Ich brauche deinen Kill. Ach. Komm schon. Was soll mal tot um? Deswegen schwebt's. Oh yeah. Schaps. Oh mein Gott. Ein Mob. Es wird dich töten. Der hält zu viel aus. Neun. Nimm, Stein. Oh Mann. Nein. 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 Was denn? Oh, ich würde ihn ja gerne anklicken, aber... Oha, hast du mir schon viel weggenommen. Oh nein. Ich bin gestornt. So, jetzt. Storn. Ähm. Ja, da steht noch einer. Ich glaube, ich kann aber nicht... Komm ich an ihn ran? Ja, komm ich. Und da ist noch Mama Lohne. Lol. Ach. Ja, der ist hier zweimal. Okay. Also früher war der immer nur einmal da, ne? Ich weiß noch, dass wir den immer noch suchen mussten. Ja, okay. Dann haben wir einfach nur mehr Leute gekillt. Hui. Ach, wir brauchen noch ein Buch, gell? Na komm. Das ist doch gerade hier vorne. Äh. Ja. Ja. War hier nicht rein. Das ist gar nicht respawned. Oh, wie lange braucht es? Krass. Zu lange. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Spacke. Man hat mich gerade von innen gesehen. Schon wieder und immer noch. Oh mein Gott, wohin? Äh. Ja, ich drehe mich. Noll. Noch mal von oben. Ah. Gut, ich glaube, ich bin raus. Da ist es. Uh. Töten. Bam. Zack. So. Geht's nur noch bokels. Leute, ich brauche noch eins. Hab das andere irgendwie nicht bekommen. Hä? Ja. Frag mich nicht. Ich kann dir nur sagen, was da gerade steht. Und da steht 5 von 6. Das ist so ein Mist. So Leute, wir müssen jetzt erstmal warten, bis die... Bogenschützen hier respawnen sind. Warten. Oder sind da unten noch harte? Nein, ich glaube, da sind nur diese Dicken. Oh mein Gott, da sind Fette. Ah. Die mit dem Head... Die Dicken. Mit dem Head-Tattoo. Sind die eigentlich männlich oder weiblich? Sehen weiblich aus, oder? Ja, die haben doch Brüste oder, ne? Und einen BH an. Können auch transizieren sein, aber... So wie die Mannfrau in Rom. Ja. Wenn man nach der Kriegerrüstung geht, könnte man schon sagen, dass... Eine schwule Person das Spiel designt hat. Aber man weiß es ja nicht. Gestaunt. Oh yeah. Das ist doch schon der nächste. Stirb. Schon. Ah. So. Noch zwei. Ja, da ist noch einer, den mach ich. Ja. Naja, mach du mal. Mach du, mach du. Ich still mal. Der andere wird ja hier, wie es war. Oh, ich glaub, der tötet mich. Oh mein Gott. Ich würde sterben. Oder auch nicht. Nein. So, jetzt bin ich hier gewurzelt. Oh yeah. So, einen noch, ne? Nö? Komm schon. Dann haben wir es geschafft. Du hast was gepoolt. Ne, ich hab was gepoolt. Geh mir weg. Da ist er. Wenn ich mir erstmal das Teil... Oha. Was ist doch Amus, dein? Ja, um, ich bin trotzdem nur ein Mage. Ich mein, Amus bringt zentual Death von deiner Rüstung. Und wenn die Rüstung kein Death hat, dann kommt doch das dazu. Oh mein Gott, das mehkt. Aber... Und wir sind fertig. Ich brauch noch ein Buch. Jetzt bist du mir auf dem Weg. Nichts, dass du mich da allein stehen lässt, sondern... Das würd ich nie machen. Nö. Gut nicht. Ist ja auch noch nie passiert. Da, kill den mal. Wenn ich da rein... Wenn ich da rein renne, kommen sie an. Also das Buch da. Ja. Ich tue, ich tue. Und dann rushen wir schnell raus. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Stirb. Stirb. Da am. Was macht er los? So. Gut. So, jetzt aber. Nie. Aus hier. Du, 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 du. Aus hier. Ach ja, von hier drin kann man nicht porten, ne? Aber ich hab's dann schonmal gefragt, glaube ich. Nein. Ja. äh, dann müssen wir hier erstmal raus und dann, äh, porten. Oh, ich baut mich nach oben. Ich komm mit. Nimm mich mit. Laden, Laden, Laden. Boomen. So, da sind wir. Und schnell weg. Ich, whoops. So, dann geben wir mal ab. Und hoffen, dass wir möglichst viel Erfahrung bekommen. Ah, was müssen wir denn abgeben? U- und Julia. Mal gucken, ob sie heute mit mir redet. Ich glaub's zwar nicht, weil es war immer noch keine Sauerwartung. Aber, oh mein Gott, lecken. Boah, er ist lagged. So. So, klar, klar. Oha. So, ich sport mich jetzt mal nach Eldarine. So, was ist das? Hast du es angenommen? Was? Ich fest bei dem... bei dem Olden da. Mit den Dicken. Und den Schwertkämpfern. In dem... In dem... Ja. So. Okay. Okay, okay, okay. So. Oh, hier gibt's mehr zum Abgeben. Ne, Julia. Das ist toll, das ist toll. Dann auf nach Eldarine. Yay. Yay. Oh mein Gott, wird das laggen hier. So, wo müssen wir denn hin? Zu Nus. Wir müssen zur Nus. So, hallo Nus. Tier 1. Wäh, Regenerationstrank. Level up. Ich will auch. Ja, dann... Dann bekommst du. Oh. So. So. Fähigkeiten. Äh. Haben wir mit 24 nichts bekommen? Ah jo. Sind die's. So, dann der hier noch. Oh, das laggt. Weiter. 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 Questlisten. Boah, wie wenig Erfahrung die Sachen hier haben. Ne, das wollen wir nicht. Am. Haben wir den hier noch? Oh mein Gott. 30 Mal ohne Kämpfer und 30 Mal ohne Kapitän. Naja, das geht doch locker. Ziehen wir zusammen, dann... Schwuppdiwupp. Ist fertig. Halt. Halt. Da ist noch eine Quest. Eine neue Questkarte wartet in der Gilde auf euch. Halt. Ja, was ist das? Luxuriöses Kind. Oh ne. Was will der? Oh ne. Wer denn? Ach, der will, dass wir 10 Goldschleume killen. Ja, das ist das, das werden wir wohl noch schaffen. Obwohl du gestern bei denen gestorben bist. Äh, komm mal zu Ich schnur Lagerdingens Ich komm Warte auf mich Ich bin da Was ist? Der geht nebenan Pappen Ich komm, man Yo, Leute Ich beende hier jetzt mal den Park fürs Erste Wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal Bis dahin, ciao